Willkommen zurück zu Spectropes. Es ist wie wenn ich mal einen Monat herstellt, dass ich gespielt habe. Oh man Leute, dieses Spiel... Ich weiß noch ganz genau, was wir machen müssen. Wir müssen diesen Fettsack besiegen. Ich hab so keinen Bock drauf. Naja. Wir haben keine andere Wahl. Ich werde natürlich wieder die gleichen beiden verwenden, weil... Bleibt mir nichts anderes übrig. Alter, ich hab so keinen Bock drauf. Oh, nur da hinten ist ein Vortex. Das finde ich ja prickelnd. Ich wollte gerade sagen, wie so läuft dieser Wärme so flüssig ist. Ja, das ist ja ein ganz vieles Neues. Aber dann, ja, hat es schnell wiederum gestiegen. Hier läuft es wieder flüssig. Ich glaube, ich habe mal einen Weg gerannt, dann... Es hätte mich fast so ein Blitz getroffen. Macht es mir überhaupt was aus, wenn ich von Blitz getroffen werde hier? Ich habe keine Ahnung. Ist mir auch so scheißegal. Wie viele Ebene waren das? Ich hoffe nicht, auch zu viel. Ich finde, ich den ganzen Weg noch ein drittes Mal... ...rennen, wenn ich wieder versage. Versagen! Nein, nicht schießen. Ich bin unbewaffnet. Der Blast auf meinen... Arm ist nur Deko. Okay. Verschzeichen mit Blitztal. Pist dich blüft, du schwarzer Wartex. Nein, schießen! Ouch! Verpiss dich! So ist fein. So ist fein. Bye, bye. Hier, wenn die Flachiken wann noch Mineralen zusammensammeln. Offscreen, Leute! Nicht abschalten. Taltiefen. Au, boh, shi. Au, boh, shi. Au, boh, shi. Au, boh, boh, shi. Oh, was macht ihr überhaupt noch mal alles? Alter, wie hässlich der Typ bist du. Du bist stark, aber diesmal werde ich nicht verlieren. Oh, wirst du verborstet worden. Weißt du, dass der immer da stehen bleibt. Warte, bis Raiden zurückkommt. Gronos. So ist ja der Typ. Ich muss ihn analysieren. Ich weiß nicht, wo er ist. Hat er mich getroffen? Nein. Jetzt hat er mich getroffen. Ja, bloß auch damit. Ich bin unbewaffnet. Nein, 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 nein! Jetzt kann ich von diesem Angriff endlich nicht flüchten. Na toll, und der ist jetzt schon tot. Das fängt schon wunderbar an. Oh Gott, scheiße. Leb ihn wieder! Nein, was machst denn du? Belebe es deinen gottverdanten Kumpel wieder! Nein, nicht angreifen! Nein, 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 nein! Wie weicht man diesen Angriff aus? Wie? Dieser Saugangriff ist... Leute, ich bekomme so das Kotzen. Ich kann gleich wieder ausschalten, Leute. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es. Oh. Corona hätte ich. Oh. Oh. Koronium hätte ich. Sehr schön. Drei Kämpfe. Oh. Mir ist so scheißegal im Moment. Ihr... Der Rest, alles, bis ihr level 100 seid von mir aus. Bitte schön, bitte schön. Bitte schön, bitte schön, bitte schön, bitte schön, bitte schön. Bitte schön, bitte schön. Bitte schön. Ich ist alarmiert 38, das reicht mir nicht. Es reicht mir nicht. Es reicht mir nicht. Ein Pünktchen dazu, aber nicht viel. Oh Mann, Leute. Machen wir noch kurz drei Kämpfe und entwickeln unseren kleinen Freund. Was ist, wenn er dann scheiße ist? Seid gleich auf. Und jetzt gehe ich mit euch trainieren. Mitkommen. 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 Das Spiel mobbt mich. Das ist ein Mobbing-Spiel. Ganz ehrlich. Ich bin traurig. Das geht doch nicht. Ich meine, diesen Angriff, den er da hatte, mit diesen Luftikos und weiß Gott was. Der ist so übermenschlich stark. Wo habe ich hier jetzt eigentlich meine Y-Taste? Wartet. Tö. Habe ich doch draufgedrückt vorhin. Aber ist mir so scheißegal. Ist mir so scheißegal. Äh, was ist eigentlich ein Kampf? Ein Vortex oder drei Kämpfe? Kann man das auch nochmal erklären? Und dann würde ich jetzt nämlich kurz diesen Vortex da vorne machen. Dann beam ich mich zurück. Mit dem Rucksack. Und dann, ja, entwickle ich den Gammo. Und dann gehe ich wieder da hin. Und dann haue ich Gronos so fest da hin auf die Schnauze, dass er nicht mehr aufstehen kann. Du gehst weg. Dich will ich nicht. Dich will niemand. Dich will niemand. Ha, voll ausgewichen. Mokamo, Attacke! Mit einer Mokamo! Alter! Lass mich verarschen! ientoest! máquina demonstrate Einer ist tot! Aber erst einer! Jetzt ist das Zweite auch tot. 살왔! Krasser Anstieg! Und los geht's Einer tot Der zweite auch Ich hau es kaputt Oh yeah Und zurück Lager Tidepack So du kleiner Drecksack Jetzt entwickelst du dich gefährlichst Du kleiner ist dort hinten stehen geblieben So komm ihr kleiner Entwickel dich Oh yeah Bitte sei was gutes Azivana Oh 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 Bitte Ich verstehe es nicht Alter What the fuck Nicht schlecht Okay Du bist der Second Zweckrope Ich werde mit Anubis als Main Antreten Da Anubis mehrere Schläge hat Und als Second Macht er nur einen Schlag Und was werde ich da verhindern Also wo ist er Was ist denn das Ach so Mileni What Wie im Level ist der Wer ist das Oh 400 101 1.300 2.15 2.15 2.15 Off What We have a 228 Death Wie viel hat der 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 ist Viel schwächer Der 175 Und 175 Und Du Oh Tatsch Bitte Und Oh Oh Tim 90 Aber er greift mir mal an Ich nehme ihn raustauschen hallo so Schwede wenn ihr Skranos nicht besiegt wird, dann fresse ich einen Besen und heilen wir hier nochmal dann speichern wie fahre ich mit diesem Saugangreffer aus? soll ich da einfach draufschlagen dann? ein bisschen schlag dann einfach drauf besser Schaden zu machen als gar nichts nein, möchte ich nicht gut, ok oh, Gronos, warum? warum tust du uns das an? dieses Spiel ist einfach es ist Mobbing und ich hoffe es ist bald vorbei weil dann kann ich mein anderes Spiel das ich schon längst fertig habe ja, ich hab versehen, dass was als nächstes kommt schon aufgenommen oh mein Leute, wieso? oh mein Leute, wieso? wieso sind wir uns hier wieder nicht reinhaufen wieso sind wir uns hier wieder über Vortex warum? warum? Spiel, come on tu mir das nicht an alter Leute, wieso? wieso muss dieses Spiel so kacke sein? ich mag es ja eigentlich, aber das Spiel ist trotzdem so kacke ich mag es mit den Wiesen ich mag die Wiesen, die wurden toll gemacht das Kampfsystem ist wunderbar da kann man nichts dran meckern aber es ist zum Kotzen ich mag es nicht ich mag es einfach nicht mehr oh man Leute ich mag es generell nicht, angeschossen zu werden das ist eine andere Geschichte ich will jetzt nicht noch in den Kampf verwechseln, weil er während meines Spectrums verletzt und das will ich doch höchst Autsch vermeiden geh weg geh weg geh weg geh weg Versuch Nummer 3 wir werden so abkacken kack wir kacken abkacken 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 ja, ja, ja ja, ja und anvisieren ha, daneben seht ihr, ich mache eigentlich mehr Schaden wenn ich warum fließt du von mir, hä hast du Angst? und lohekanonate oder entferner Feuerstoß ist mir ne Scheißegal ich kann nicht mal angreifen, wenn er das macht wukamu pass auf er hat starke Angriffe alter, der Typ flüchtet ja nur kannst du noch was anderes als fliehen? bitte nicht, bitte nicht den Saugangriff bitte nicht den Saugangriff oh fuck, oh fuck okay, jetzt muss er langsam schnell tot gehen diesmal habe ich ihn, diesmal habe ich ihn ferner Feuerstoß ja, diesmal habe ich ihn diesmal habe ich ihn, diesmal habe ich ihn diesmal habe ich ihn Er hat nur noch 427, das ist zu wenig, dieser Dracke überlebt ja nicht, er ist tot, er ist tot! Er ist tot, er ist tot, oh Gott, ja, oh Gott, ja, bitte. Oh Gott, ich kann auch nicht drauf klar, Leute. Alter! Das kann nicht sein, ich kann doch nicht gegen einen Zwergütig verlieren. Nein, 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 ah! Er wird schwarz, er wird weiß, es leuchtet. Oh, alles was Gronos verschluckt hat, kommt wieder raus. Hey! Wow, und nur ein Ding bleibt da liegen, ein einziges kleines Scheißding da. Hm, oh, jetzt sieht er nicht, wie ich diese Pose mache. Das ist ein Fragment des Turms von Siba. Was für ein Glück. Hm, was ist das für ein goldenes Ding? Ist das jetzt der Aldous Blasmut? Hm, scheint das es abgekommen zu haben, es muss kaputt sein. Jetzt mache ich mir erst recht Sorgen um diesen alten Burschen, ich hoffe, ihm geht es gut. Was sage ich da, klar ist er das, hoffentlich. Aber zuerst muss ich zurück auf Ziba und Professor Kate das Fragment bringen. Okay, ich muss zurück nach Ziba und Professor Kate das Fragment bringen. Merken, weil ich würde sowieso jetzt einen Monat weiter spielen, weiß ich jetzt schon. Nee, ich habe einen... Kommt da noch was? Oh nein. Juh. Kann man jetzt machen, wie es im Riderson? Ich meine, zwar stärkste Macht, dieses Universum. Oh Gott, noch ein Stärker. Aber er ist Flash, das habe ich jetzt schon gesehen. Ähm. Ganz kurz. Der ist neu, oder? Tunapot. Ich wusste es doch, der ist neu. Kleiner, komm her. Da war noch ein Fossil. Komm, scann das mal. Ah, siehst du. Ich schalte gleich ab, Leute. Ah, das ist der Stern. Okay, Leute. Das war's mit Spextrops von Wieselmann. Ich fliege jetzt noch kurz mit dem Spectro... Äh, mit dem Spectro... Ja, ich fliege mit dem Spectro zurück. Nee. Leute, das war's. Bis zum nächsten Mal. Und... Hauwt. Rauwt.